Hallo und herzlich willkommen bei Schuhgelaber. Mein Name ist Christoph. Wie kontrollierst du eigentlich deine Arbeiten? Ich habe das sehr lange falsch gemacht. Damit du diesen Fehler nicht auch begehst, schauen wir uns heute den Primäreffekt an. Viel Spaß beim Video. Eine der Hauptaufgaben von Lehrerinnen und Lehrern ist es, Arbeiten zu kontrollieren und somit das vermittelte Wissen zu überprüfen. Durch die Kontrolle soll man zu fairen, transparenten und nachvollziehbaren Noten kommen. Bei so einer wichtigen Aufgabe ist es natürlich entscheidend, dass man nicht viele Fehler macht. Und ja, ich weiß, es ist schwer vorstellbar, aber Lehrer sind auch nur Menschen und Menschen machen Fehler. Ich habe es als Schüler gehasst, wenn ich Noten bekommen habe, die ich nicht nachvollziehen konnte oder wo ich mich unfair behandelt gefühlt habe. Guck mal ein bisschen genauer rein. Wie kontrollierst du denn deine Arbeit? Sicherlich genauso wie ich. Ich mache das wie folgt. Ich nehme mir eine Arbeit vor vom Schüler, gucke mir die an, lese mir die Aufgaben durch, benote das Ganze, gehe die von oben nach unten durch, nehme mir die nächste Arbeit von dem nächsten Schüler, gehe das einmal durch und dann komme ich so durch die Klasse durch und komme dann auf die jeweils einzelnen Noten. Und wo ist jetzt das Problem dabei? Der Großteil der Lehrer wird sicherlich genau so kontrollieren. Ich habe es auch sehr lange so gemacht. Aber hey, wo ist das Problem? Du und ich, wir sind dem Primäreffekt auf den Leim gegangen. Keine Bange, man muss jetzt nicht alle seine Noten in Frage stellen, aber wir sollten diesen Primäreffekt uns etwas genauer anschauen. Was ist denn nun dieser Primäreffekt? Und wie kann uns das Wissen über diesen Fehler helfen, ihn ahnen, nicht mehr zu begehen und effektiver und sinnvoller und besser zu arbeiten, um zu fairen und besserer Noten zu kommen? Gucken wir mal ein bisschen genauer hin, was der Primäreffekt überhaupt bedeutet. Beim Primäreffekt handelt es sich um ein psychologisches Gedächtnisphänomen. Der Effekt besagt, dass sich an früher eingehende Informationen besser erinnert wird als später eingehende Informationen. Das ist also der berühmte erste Eindruck. Und dieser führt zu Handlungsfehlern. Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein. Und zwar hat der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann als Professor festgestellt, hey, wenn ich die Arbeiten von meinen Studenten kontrolliere und der Student die erste Aufgabe perfekt gelöst hat, hat das auf mich den Einfluss, dass er eine etwas positivere Bewertung durch mich erhält. Und wie kann uns jetzt helfen, dieses Wissen über den Primäreffekt, dass wir das lösen können? Wie können wir diesen Effekt denn jetzt nur ausschalten? Weil es muss unser Anspruch sein, zu maximal fairen und perfekten Noten zu kommen für die Schülerinnen und Schüler. Gucken wir mal bei den Nobelpreisträgern. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Ansatz, wenn wir uns den mal ein bisschen genauer einschauen. Wie hat denn der Daniel Kahnemann das Ganze gelöst? Weil er hat ja schließlich festgestellt, dass dieser Effekt für ihn problematisch ist. Er hat seine Art umgestellt zu kontrollieren. Und zwar hat er nicht mehr Arbeit für Arbeit kontrolliert, sondern er hat Aufgabe für Aufgabe kontrolliert. Das heißt, er hat die erste Aufgabe von Student 1, 2, 3 etc. durchgeführt und immer für alle die erste Aufgabe kontrolliert und dann alle die zweite Aufgabe kontrolliert und so weiter und so fort. Und somit hat er den Primäreffekt mit einem Schlag ausgelöscht. Und genau so kontrolliere ich auch. Das war am Anfang eine durchaus schwierige Umstellung, das kontrollieren, wie man es halt jahrelang gemacht hat, umzustellen. Aber dadurch bin ich auch zu faireren und besseren Noten gekommen. Und ein wunderbarer Nebeneffekt ist dabei auch noch entstanden, der mich in der Umstellung des Kontrollierens einzelner Aufgaben von allen und dann die nächste Aufgabe befügelt hat, das weiterzumachen, ist, ich bin viel effektiver und schneller. Ich musste mich nicht mehr in Aufgabe für Aufgabe pro Arbeit eindenken, sondern ich habe mich in die erste Aufgabe eingedacht und dann bin ich alles einmal durchgegangen durch die ganze Klasse, dann in die nächste Aufgabe eingedacht, die komplette Klasse kontrolliert. Und somit war ich viel effektiver, schneller und konnte am Ende des Tages hervorragend die Zeit für andere Dinge, wunderbare Dinge nutzen. Fassen wir also das Ganze nochmal zusammen. Der Primäreffekt sagt aus, dass der Ersteindruck, den ich bekomme, wenn zum Beispiel ein Schüler eine perfekte Antwort auf die erste Aufgabe gegeben hat, dass dieser positive Eindruck weiterhin bestehen bleibt und ich dadurch den Schüler mitunter besser bewerte. Wie kann ich das lösen? Indem ich die Art und Weise des Kontrollierens umstelle und zwar von Aufgabe zu Aufgabe. Also eine Aufgabe, alle hintereinander die ganze Klasse kontrollieren, nächste Aufgabe, ganze Klasse kontrollieren und somit habe ich den Primäreffekt ausgelöst und komme somit zu fairen und transparenteren Noten. Habt ihr noch irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr ganz gerne mal loswerden würdet fürs Kontrollieren oder irgendwelche Wünsche, die ihr ans Kontrollieren habt? Lasst mich gerne unten in der Kommentarfunktion wissen und ansonsten lasst gerne ein Abo und ein Like da und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.